Alexander Bommes ist anscheinend enttäuscht von der ARD. Eine spezielle Berichterstattung war offenbar nicht besonders erinnerungswürdig. Berlin, Alexander Bommes, 48, gehört seit Jahren zum Team der ARD und moderiert verschiedenste Formate, von Quizshows wie gefragt, gejagt bis hin zu Sportevents wie die Olympischen Spiele. Diese beiden TV-Ereignisse waren es auch, die bei Bommes nun für große Überraschungen sorgten, so sehr sogar, dass er seine TV-Heimat kritisierte. Alexander Bommes stichelt gegen ARD, Berichterstattung hätte besser sein müssen. Wir haben versagt in der Berichterstattung. Das ist das Fazit von Alexander Bommes in einer neuen Folge von Gefragt, gejagt. Genauer bezieht er sich hier auf die Olympischen Spiele in Paris, die vom Ersten ebenso wie von weiteren Sendern begleitetet wurden. Bommes übernahm gemeinsam mit Esther Sedlacek die Moderation des Großevents im Ersten. Umso enttäuschter war Alexander Bommes jetzt, als bei Gejagt, gefragt eine Olympia-Frage gestellt wurde, auf die niemand eine Antwort wusste. Ich bin überrascht gerade. Wir haben kläglich versagt, betonte er, als weder Kandidat noch Jägerin eine Antwort zur Frage einloggen wollten. Ich dachte, ihr drückt sofort. Gefragt, gejagt, weder Jägerin noch Kandidat konnten Olympia-Frage beantworten. Die entsprechende Frage lautete, alle bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris verliehenen Medaillen enthalten ein kleines Stück vom? Als Antwortmöglichkeiten waren der Louvre, der Eiffelturm und der Triumphbogen angegeben. Die richtige Antwort war der Eiffelturm, doch weder Jägerin Annegret Schenkel noch Kandidat Lars Burkhardt wussten das. Burkhardt tippte glücklicherweise richtig, weil der Eiffelturm dann doch noch das Symbolträchtigste überhaupt war. Schenkel lag mit ihrer Schätzung, dass es der Louvre sein könnte, daneben. Am Ende rettete sich der Kandidat mit der korrekt beantworteten Frage, womit man Ostereier auch ohne Chemie rot-braun färben könne, Zwiebelschalen, ins Finale. In der letzten Runde siegte dann aber doch die Jägerin.